Hallo und herzlich willkommen zu euch, zusammen mit der Julia. Hallo auch von mir. Leider, leider, leider mit einem ganz besonderen Aufnahmen. Ich finde das tatsächlich blendend, Julian. Ja, Erik findet das blendend, dass ich hier gerade drüber labere. Leider, leider, leider ist mir bei der Aufnahme mal wieder ein Möhrchen. Die Memes passen trotzdem, finde ich, von Erik, von der Audiospur, die es mir aufgenommen hat. Leider, leider, leider. Das ist nicht viel, Julian. Hat mir meine Audiospur. Du solltest dich in dieser Folge nicht um Immersive kümmern, sondern um Stahl. Richtig, das tun wir auch. Weil du brauchst sehr viel Stahl. Das tun wir auch. Allerdings würde ich ganz gerne... Das kannst du ja machen. Ich glaube, dafür bekommt man sogar ein Achievement. Ja, ich würde ganz gerne... Ich grafe im Hintergrund übrigens ein... Ja, ich glaube, du bekommst das Manual Achievement, das war's. Immersive Railroading Buch, wenn Erik, wenn ich immer reinhafen würde... Hab ich schon. Unfassbar, sogar in der Nachaufnahme ist es so schlimm. Unfucking fassbar. Irgendwie ziemlich groß... Gib mir das mal. Genau. Und zwar da hatten wir es von der Größe des Buches und sowas. Was ich sagen wollte. Schau, was war's. Äh, leider, leider kommt die Folge heute, einen Tag später, weil ich... Ja, also wenn du das in die Hand nimmst und auf den Boden schaust, dann siehst du ja auch die Maschinen schon. Leider. Und mit Shift-Rechst-Skill, glaube ich, änderst du das. Ähm, dooferweise die Audiospruch von mir schon wieder zerschossen hab. Und nur Eriks Audio da ist. Und du brauchst alle fünf Maschinen, die es gibt, einmal. Daher mach ich jetzt auch ein bisschen... Ich mach ein bisschen Backgroundmusik an. Und dann schauen wir einfach mal, was Vergangenheits-Julian da hier... Ja. Äh, gemacht hat, weil ich hab keine Ahnung... Also Stahl kann ja nicht das tun. Ich hab Stahl... Ich hab... Ich hab... Ich hab ne Stahlproduktion mit Erik gebaut, das weiß ich noch. Ich seh das Video im Prinzip jetzt in real life. Wie mit euch zusammen live, ja? Bro. Ja, Bro, Erik. Eriks... 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 Eriks Aufnahme. Ja? Also ich... Ich überleg grad noch... Let's go. Ich überleg grad noch, dass ich, ähm... Also auf jeden Fall haben wir Induction-Smelter gebaut, nachdem... Ne, kein Induction-Smelter, halt, das hieß anders. Äh, ich wollt erst ne Blast-Funnels machen. Also ich hab's mit Maschinen von, äh... Mechanismen gemacht. Oder hat Erik gemeint, er hat es mit Maschinen von Mechanismen gemacht. Und, ähm... Die Maschinen von Mechanismen sind leider ein bisschen einfacher und schneller... Warte, ich helfe Ihnen. Ähm... Me-ka... Äh, was das die Produktion angeht. Warten Sie, ich sag Ihnen das... Ähm... Von, äh, Stahl. Äh, Sie brauchen Metalluric Infuser, ja. Den hab ich nämlich gecraftet. Ähm... Damit können Sie nämlich, wenn Sie da Coal reinpacken und Iron, dann bekommen Sie Enriched Iron. Und das hab ich dann auch gemacht. Ähm, und wenn Sie das dann nochmal in einen Metalluric Infuser packen, ja. Also diesen, nochmal Kohle und den, äh, Enriched Iron, dann bekommen Sie Steal Dust und Steal Dust können Sie dann einfach in den Ofen hauen und brennen. Genau, und das hab ich auch dann gemacht. Ich weiß, dass ich das so gesagt habe in der Folge, ja. Wenn du nur vier vollautomatisch machen willst, also mit EMC-Befüllung und alles, dann reicht's nicht. Semi. Dann machst du Semi-automatisch. Hat Erik dann, äh... Und ich mach's dann wieder Off-Screen, mach's dann wieder vollautomatisch. Genau, mir angedroht, dass es vollautomatisch ist. Das ist Griefing! Ähm... Was ich allerdings nicht gemacht hab. Ach, Erik's... Erik hat, by the way, diese Folge die ganze Zeit Memes reingespampt. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Ich hab's einfach... Ich hab's wieder entdeckt, Jungs. Ich hab's wieder. Stimmt, er hat seinen Soundbob. Und da wurden wir gerig-rollt von Erik. Ja, das hab ich, äh, hab ich schon wieder fast verdrängt. Ähm... Warum? Da hab ich mich die ganze Zeit, die ganze Zeit in der Folge hab ich mich gefragt. Warum hat Erik sein Soundbob? Warum hat Erik es wieder... Das hat gerig-rollt, Alter. Ja, das haben wir schon festgestellt. Äh, Osmium kann ich dir tatsächlich, äh, sponsern. Ja, Osmium hatte ich. Warten Sie. Sie haben hier... Okay, schauen Sie mal, Sir. Hier, schauen Sie mal. Sie können das in den Ofen schmeißen. Das da hinterher. Ich war nach fester Überzeugung, ich hab noch Osmium. Aber Erik hat gesagt, ich hab kein Osmium mehr. Noch das. Und Osmium mit Schminkels können Sie EM-10. Und... Und dann haben wir das ganze EM-10. Und Erik hat Plastik gemacht. Genau. Ich erinnere mich so dunkel langsam an die, was in der Folge passiert ist. Ja, ich brauch doch nur ein Osmium mehr oder sowas. Erst mal Bronze raus und Osmium eben 10. Könnte ich kostenfrei. Ja, okay, ja, hab's reingetan, hab's reingetan. Hm. Ja, naja. Was sagt der eigentlich zu der Musik? Ich muss... Ich hab da... Ich hab da jetzt... Ich probier doch grad was. Ja. Das geht aber nur, weil ich jetzt grad hier im Nachhinein aufnehme. Ey, was meinen Sie? Erik, ich mein, dass ich über YouTube Musik... Ich brauch davon ziemlich viele. Lassen Sie mich. Äh, ungestrikete Musik laufen lassen. Aber irgendwie, das sind nicht so... Das hier vielleicht. Ich sterb da nicht. Ich bekomme davon kein Damage. Ich guck da mal. Was gibt's denn da? Eine Quantum-Ius-Rüstung. Jetzt ist er abgehoben geworden. Jo, ist doch in Ordnung. Chill. Das hat mir... Das weiß ich, das hat mir schon mal. Yeet. Ja, bis. Advanced Eloy. Auf jeden Fall hab ich dann... Ich weiß nicht, kann mir das nicht erklären. In der Folge. Ähm, was hab ich noch gemacht in der Folge? Hab ich ein Kur-Anzeiger-Felder. Fuck. Zeug gecraftet. Äh, was ich craften wollte. Diese... Stahl-Herstellung. Eigentlich haben wir in der Folge... Basically Stahl-Herstellung gemacht. Wir wollten eigentlich mit... Ich wollte eigentlich mit Immersive anfangen. Und Erik, so... Ne, Stahl. Diffuser. Und ich hab dann so gesagt... Oh ja, Stahl. Scheiße. Diffuser. Kann man ja nicht EM-10. Das war dann so... Ha, verdammt nochmal. Ne, ist das Spike-Diffuse-2-Kick. Ja, ist er gut, Erik. Ja, aber CSGO ist ja lame. Ach, ja, da hatten wir's von... Die coolen Leute spielen Valorant. Ja, die brauchen Strom. Die coolen Leute spielen League. Ja, legen sie einfach unterirdischen Kabel längs. Unterirdischen... Na, hat er Erik gemeint? Ich übertreib maßlos. Ja, ja, das weiß ich noch. Leider, leider, leider. Warte, warte, ich war's in die Wege... Ich stell mich hier hin, dann sehen sie mein Name-Tag. Genau, in die Ecke sollte sich Erik stellen. Wo hat sich Erik hingestellt? Nicht in die Ecke. Aber es hat schon funktioniert. Ja, ne, 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 ne. Ich steh hier hinter der Smeltery. Ja, rechts neben der Smeltery stand er. Wir müssen nach rechts von ihm aus. Ich war bis an den Rand zum Rand, aber hey. Das ging dann schon so. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ja, guten Tag, Erik. Was machen sie? Was machen Sachen? Genau, genau, genau. Was habe ich denn hier noch im Angebot? Villager-Sounds hatte. Und TeamSpeak-Disconnect-Sounds hatte Erik im Angebot. Warte, ich finde das ja immer noch am besten. Naja, Erik und seine Sounds. War schon witzig, die Folge irgendwie. Schon doof, dass ich die jetzt im Nachhinein nochmal aufnehmen muss. Nervt schon ein bisschen. Läuft bei dem Minecraft-Mucke. Zu dieser Zeit lief bei mir Minecraft-Mucke tatsächlich. Sonst hätte ich nämlich jetzt für die musikalischen Deilung gesorgt. Hätte ich mal gesagt, ich habe keine laufen. Jetzt läuft tatsächlich keine Minecraft-Mucke mehr. Ja, ich habe mich natürlich wieder maßlos aufgeregt darüber. Ja, bitte schon. Irgendwelche Lizenzmusik anspielt. Die garantiert Lizenzmusik. Polizei, dein Freund und Helfer. FBI Open Up. Bei Erik. Die Partei. Ah, und dann hatten wir es über Wahlthemen. Absolut. Ich finde auch die Wahlplakate von der Partei sehr gut bei mir in Leipzig. Corona oder Kommunismus. Die wähle ich auf jeden Fall, wenn ich könnte. Besser wie die Großen, Erik. Besser wie die Großen. Da sagt er einfach nichts zu. Genau, da sage ich nichts zu. Ja, da müssten wir ein Loch graben. Ja, genau. Graben, Erik. Graben. Oh, warte mal. Musik habe ich vergessen. Ah, ne. Okay, habe ich. Hello, Alman, Desi. What are you? Too much raining? Das Lied war aus. Okay. Ja, Erik. Wie Strom brauchen sie doch gar nicht so. Doch, ich brauche so viel Strom. Lassen sie mich doch mal Strom machen. Bitte. Strom. Mehr Strom. Was machen sie da? Was machen sie da? Was machen sie da? Was machen sie da? Warum? Kompliziert. Digga, legt erstmal die komplette Leitung nach Afghanistan. Was ist da in Timbuktu Süd? Nein, Afghanistan Südwest nur, Erik. Super dreist. Aber, Erik, du kannst es viel schöner gestalten, als so ein Pinöbel hier rauszumachen. Mhm, mhm. Kannst du dann hier drauf einfach den Metalluric Infuser stellen? Ja, aber dann lass mich das anders machen. Da hat man nicht so einen komischen Pinöbel. Digga. Wie gern? Erik hat richtig auch richtig Spaß mit mir gehabt. Ach, Erik. Warum? Mal da Erde weg, das so ein Pinöbel hin und dann kann man da in der Mitte Erde machen und dann ist alles toll. Guck. Wunderbar. Und jetzt, äh, Stein, äh, hier, Eisen und, äh, Dings rein. Genau, Eisen und Cola. Kohleblöcke ging, und äh, es ging aber keine Eisenblöcke. Äh, nee, es ging Kohleblöcke, aber keine Eisenblöcke. Auch, ich muss da Eisen nagen. Okay, also, Ingotts. Ingotts. Yes, of course, sir. Ah, und jetzt machen wir Stahldast. Und es macht halt noch Sinn. Na gut, nee, es macht für dich noch keinen Sinn. Es gibt Speed-Upgrades, die machen dann irgendwann Sinn. Ja, Erik, nächste Folge vielleicht. Oder? Nächste Folge. Äh, nee, ist nicht gut. Ja, so schlecht ist es auch. Weil, wenn ich dir jetzt sage, dass du mit dieser Produktion ungefähr 200 Stunden Real-Life-Time brauchst, bis du den Stahl zusammen hast, äh, den du für die Maschinen brauchst, dann... Ja, Erik, das ist schon... Doch, doch. Das ist erstmal okay. Ich muss ja erstmal nicht so schnell gehen. Erstmal muss ich langsam anfangen. Langsam. Stückchen für Stückchen. Au, ja, Erik. Das war jetzt eigentlich doof, was ich hier gemacht habe. Das war eigentlich, ich habe die Produktion zwar verdoppelt, aber... Äh, eigentlich hätte ich ja dieses eine ins andere Punkt lassen sollen, ne? Ja, also so habe ich das... Ja... Und dann habe ich es noch so, dass es aus dem einen, wo es dann zu Steel-Lust, äh, rausgepumpt wird, in den Furnace rein, also in den Electric Furnace rein und dann direkt zu Steel-Ingots gemacht wird. Dann, äh, davon in eine Kiste rein, das dann in, äh, Auto-Crafting-Bench zu Steel-Blöcken. Na gut, Steel-Blöcke mache ich erstmal nicht wahrscheinlich. Also ich habe übertrieben. Ja. Ich mache, ich mache erstmal... Node. Node. Ja, erstmal, erstmal ein paar Node machen. Transfer Node. Und dann ein paar Pipes auch noch. Oh Gott. Äh, Stein habe ich irgendwo hier. Ja, Stein. Ja, Stein. Steigeleistung, sagen Sie. Ganz steige Leistung, ja. Es braucht Stein und Glas und Redstone. Richtig krass, Erik. Node und Transfer Pipes. Ist was? Was ist denn, Erik? Außer, dass es super günstig ist. Ja, woher willst du wissen, dass es ein Ei war? Oh, Erik. Erik. Ich habe, äh, Erik. Ich habe, ähm, vielleicht ein paar viele gemacht. So, zwei, drei. Sechs. Zu viel. So, zwei, drei. Nicht so viel. Jürgen, du hast da oben 52 Diakisten drin. Ja, ich packe es da einfach mit zum Plastik. Ich wollte es zwar eigentlich... Ja, packe es in eine extra Kiste, Erik. Ich glaube, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Nee, Jürgen, das sehe ich jetzt aber auch immer gar nicht ein. Ich mache das jetzt so. Oh, du kannst nicht mal... Du kannst doch nichts dagegen tun. Ja, mach doch. Das sind nur die Pipes, hier. Das sind keine Noten. Ja, Noten mache ich doch hier jetzt. Spann dich. Erst müssen noch ein paar Pipes... Hast du noch mal genauso viele? Ja, genau. Aber erst noch ein paar Pipes... Rein da in die Masse. Rein da, genau. Ach ja. Erst noch ein paar Pipes, damit ich jetzt Noten draus machen kann. Jürgen, du hast genug Transfer. Nein, nein, lass mich. Lass mich. Was soll denn das? Ähm. Moin. Wie geht's dir? Oh, ah, Evil Chicken hast du gespawnt. Oh, jetzt killt das. Ich schlage kleine Kinder. Nein, nur ein Hühnchen, Erik. Nur Hühnchen. Und kleine Kinder. Nein, Hühnchen. Das ist nur ein Hühnchen, Erik. Aber nicht mehr. Meine Erziehungsmethode ist das Ding hier. Oh, jetzt hättet er mich wieder, wenn er schwer hat. Schwierig, kann man keine Diages. Ja, echt so. Man braucht man ja normale Kisten für. Hat sich sowas ausgedacht. Oh, Mann. Aber Julian, ich glaube, wir sind gleich fertig für diese Folge. Ja. Nee, lass mich das noch machen. Ich muss aber da noch die Transfer. Wo stand das? In der Bibel nicht. Und was denn, Erik? Ich hab leider, ich weiß da nicht mehr, was Erik da gesagt hat. Ich versuch's, aber ich weiß es leider nicht mehr. Aber es stand da, es ist hier drin, dass wir es fertig machen. In der Bibel, ja. So, jetzt muss ich da das Eisen raus. Ja, genau. Erik, mach das für mich gar kein Problem. So, jetzt pumpt der da rüber, oder? Na, halt, ich muss da erst eine Note ran machen. Ja, und jetzt noch gleich in die Kiste rein. Wollen wir mal eine Diaküste hin? Nee, mach ein Furniss hin, das schaffst du noch die Folge. Furniss nimmt dann die Diaküste. Ja, okay, gut. Ich nehme da eigentlich noch einen von meinen. Ich hab glaube, keine Note mehr. Mach das halt. Zwei Pipes hinnehmen für die Furnisses. Erik? Erik? Warum? Wenn ich doch einfach... Ich bin zu doof. Okay, Furniss, komm. Auf geht's. Danke, Erik. Danke. So, und dann noch eine Transfer-Nöde hier ran. Ein Transfer-Pipe da ran. Und eine Diaküste jetzt aber wirklich. So. Und dann läuft die Schafproduktion eigentlich, oder? Geil. Erik, geil. Geil, geil. Was? Oh nein. Erik, meine Hunde. Erik, meine Hunde. Ehe, Ehe, Ehe. Oh, jetzt sitzen die wieder alle hier... Oh, ich... Stell dich mal genau in die Mitte. Ich will mal... Erik, du weißt, dass du da... Die, dass die dich umblicken, ne? Oh, ich hoffe, ich hoffe. Warte, ich ziehe mal Rüstung aus. Warte, komm nochmal her. Komm nochmal her. Komm nochmal her. Schwierig, Erik, schwierig. Ohne... Ohne Arme ist halt echt... Sind die Hunde echt böse. Wenn du bei mir stehenbleiben würdest, dann wäre ich gestorben jetzt. Ja, wahrscheinlich. Scheißhunde, Armini, bring ich um. Lass meine Hunde in Ruhe. Bitte. Danke. Oh, geil. Wirst du da rausgepumpt? Wirst du da nicht rausgepumpt, Erik? Achso, muss man das im Ofen einstellen, oder was? Überschreibt er das nicht mehr am... Jetzt, ja. Hab ich gerade eingestellt. Ja, ja, aber überschreibt er das nicht mehr mit der Transfernode. Okay. Ja. Ja, früher... Früher hab ich... Ich hab gedacht, früher hattest du das überschrieben, aber... Äh, nee, auch bei Öfen nicht, wenn die... Ja, wenn die so konfiguriert waren, dann nicht. Okay. Komisch. Weil hier ziehen sie es ja einfach raus. Naja, okay. Oh, Upgrade-Section. Ah, okay, da kommen wir zu Upgrades, Energy-Upgrades und so einen Scheiß rein. Oh, nee. Aber nicht diese Folge, Erik. Diese Folge... Schocker-Leistung. Ja. Schocker-Produktion steht halt, ne? Warte. Ah, Erik. Ja, jetzt musst du... Oh, ja. Nein, Erik. Nein. Einfach nein. Brauch noch ein Screenshot, Erik. Komm, jetzt werden wir stehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, meine Hunis und den Gutschut. Dir geht's auch noch gut? Beat Upgrades und Energy-Upgrades. Ah, nee, nicht nächste Folge. Weil dann ist es effizienter. Ja, aber brauche ich das? Ja, mal gucken. Vielleicht. Mal gucken. Erik, du weißt, dass du auf jeden Fall brauchst, nächste Folge. Oh, Erik. Erik, guck mal in meine Blockblazer rein. Das ist noch die erste Ladung. Na gut, würde das Ding hier vorne ständig geleert werden? Ja. Komm, dann machen wir noch eine Diakiste ran, Erik. Oder? Komm. Komm, ich mach noch... Ich mach noch die Folge noch. Ja, bitte. Okay. Okay, komm, dann machen wir noch mal. Da wird zwei Minuten groß dauert. Ja, ja, easy zwei Minuten, Erik. Easy. Ich hole eine. Ach so. Okay, dann brauche ich doch vielleicht keine zwei Minuten. Let's go. Auf geht's. Gut, Erik, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Nächste Folge neuer Tutschen. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Bis zur nächsten Folge. Bin ich schon sympathisch. Tschüss. So, damit... Damit auch nochmal... Tschau von meiner Seite aus. Tut mir leid, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen sich gezogen hat. Und ich hoffe, ihr seid nächste Folge wieder mit mir da. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020